Hallo und herzlich willkommen zurück zu LoL, wieder mal ein kleines Standardspielchen zusammen mit unserem Strohlinger. Jo, moin moin, diesmal wird's was. Hoffe ich. Mal gucken, ob wir hier wen finden. Oh, das ist ja wirklich schneller als du. Du hast ja auch mehr MoFans wieder als ich. Release, Gang me please, Yasuo has more damage. Gang? Gang bang Yasuo please. Ich hab noch nie so invaded, ne? Keine Ahnung, wie wird's hier vorgehen. So im normalen Gameplay mach ich das eigentlich nicht. Ich hab's mit der Reihe noch nie gemacht. Okay. Die Karawane zieht weiter, der Sultanatost. Oh yeah. Minions haben spawned. Ich will nicht weggehen. Ja, geht doch schon. Oh, wir bleiben jetzt so lange, bis sie fertig ist, oder? Nö, nö. So, als ob ihr Blaupolen. Kurz vor Smite, dann hauen wir ab. Ich weiß auch nicht genau, was das sein soll. Ach, sie haben doch keinen Jungler. Weg, 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 weg. Stimmt. Das ist es doch, die haben doch gar keinen Jungler. Wir machen ja total bescheuert, dass wir da alle standen. Ari und... Uriana ist mit. Ash. Ari und Ash. Was machst du? Machst du. Du willst so ein bisschen draufgehen? Okay. Heal ist raus. Ich geh weg. Fleisch ist auch raus. Erstmal hier noch ein paar mit jedem. Du solltest dir mal eben Blasterz holen, einfach wegen dem. Ja. Oh mein Gott. Übelst treuert erstmal hingegangen. Ja, wenn du noch mal einen Slow auf Ari kriegst, dann kann ich... Ja. Ah, Ari wieder in den Busch. Ari war in den Busch. Aua, tu mir doch nicht weh. Ach, schade. Nicht bekommen. Aaaaah! Ich mag nicht, geschahm zu werden. Ja, in Busch, das war nicht die beste Idee gegen den Scham. Ja, in Busch, den schon, aber muss halt ausweichen. War ja eh kein Mann. War ja nichts gewesen. Also, kein Schaden, nichts. Du musst aber aufpassen, wir haben double hier die Gegner. Ja. Wir haben einen. Ich hab irgendwo das Gefühl, dass ich... Oh, die haben einen Minion. Äh, warte. Jetzt. Ich kann nicht springen. Scheiße. Ach, okay. War ignite, ne? Okay. Ich hab's eh nicht gebraucht, den Zusatzplatz. Aber, da fehlt doch einer. Auf der Top ist nur einer. Jetzt junglet einer ohne Smite. Ja, Su. Stimmt, der Su fährt, ja. Ja, wir sind jetzt hier am Tower rein, oder wie? Oh! Ja, Su kommt. Noch ein Ignite, ey. Noch ein Ignite, ey. Jetzt püppeln die zu dritt rum, oder wie? Und ich verarschen, ey. So. Wenn du Probleme haben, dann kommst du zu dritt rum. Sie ist, mach doch was vernünftiges, ey. Wollen die... Will die uns jetzt babysitten, oder wie? Ne, die will sie ja so schnappen. Die will sie doch nie kriegen. What? Nevermind. Nee, ist es stark. Nevermind. Von wem war der 2T-Kneider von Yasun? Ich bin rot modlich. Hä, sie hat getroffen? Ja. Jetzt geht's überordnen, oder? Oh. Ich komm gleich mit. But not Ari. Always. Don't lose. Es wird schwer, ey. Botnames zu reporten ohne Ari. Das ist... So diese Lektion, das kann nicht kommen. Ach. Der bräuchte eigentlich kann... Naja, doch. Hm. 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 Ari hat gerade nur dort reingeklebt. Gibt mir noch ein bisschen Geld. Komm, komm, komm. Na. Hoffentlich. Hat sie. Ich küsse. Da ist immer so ein Impuls nach draußen, wenn sich jemand ein Wort aufstellt. Hm. Ich weiß, er ist getäuschtet. Ja. Haha. Oder hau das Mana raus? Dann kann man machen. Hallo Ari. ich bin nach 9 ok hier ist hier ist aber was von dem das schon mal wenn es muss und zwar jetzt immer noch und alle die Band mit ihr Ach Mist, mein Flock ist gar nicht ready. Ach, hier ist ein schlechter Trade für dich immer noch. NEIN! Oh, es werden kühlgelegt. Ja, ich weiß. So useless. So beide weg, ne? Wie geil, dass ich gerade schlocken wollte ohne Flock, man. Ja, immer ruhig alles auf mir drauf. Das war noch ein Schild. Eine Aufladung hätte ich noch. Ja, ich glaube beide da. Entschuldigung, die muss ich später auf jeden Fall aufpassen. Ja. Ja. Wie viel brauchst du da ungefähr bis Level ab? Hm, die Wave über Umstände. Ich weiß nicht genau sagen. Tja, ich dachte, gut, nochmal zurück. Ne, die brauchst du denn noch? Ah, spielst du die Hälfte? Ich finde, es sind immer so Sachen, weißt du, zum Beispiel jetzt so wie mit Wayne rausrollen. Und dann halt... Ah! Zu langsam unterwegs. Zum Beispiel jetzt mit Wayne zum Beispiel, wenn du einfach nur der Gegner dich halt ein paar Mal anschießt. Du reinrollst und mit der E quasi die wegdrückst, dann finde ich, sieht das immer aus wie so... So ein Klaps auf den Arsch, so nach dem Motto. Ne! Mach mal nicht! Dann wird's untertäuscht! Kriegst du sie noch? Na, na. GG. Ich bin Level 6. Hat ja noch etwas gebracht. Du hast es sehr schuld, die gerade völlig daneben ging. ja sie gehen auf mich in dem Moment aber gerade schlecht überfreuen hat sich natürlich war gestern okay ja trotzdem voll daneben gegangen also nicht nicht zumindest ist wahrscheinlich nicht in den gewünschten Erfolg erzielt aber gut es war ein bisschen wie gewonnen bei der Runde Wade gespielt hat weil es so danach wieder von vorne anfängt die lief fast nicht überheblich sie möchte dass die Gegner bei 20 surrendern sie möchte ein echtes Spiel spielen und nicht nur gegen Tollgegner oh ja mhm kriegen wir den Tower? irgendwas kommt von hinten Swain hallo Swain nein der hat meine Ult abgebrochen dieser Sack zum Ernst ey nicht ach komm pass auf er ist schon gaged uuuuuhh okay nevermind gg ah ne die wollte ich nicht ich hätte zwei Aufladungen auf Swain ich hätte noch einen Hit gebraucht am Ende das ist das Problem mal gewesen hätte ich meine Ulti durchbekommen hätten wir so beide locker geklatscht aber die haben mich total gefokust beide ne auf einmal das schreibt jemand was? nie ja ich wollte nur mitteilen dass das Swain auch noch hätte sterben können aber ich war einfach aber es ist ein ärgerlich krass es nervt somit Wayne wenn du mehrere Runde selber spielst hast du dann wieder startest wird so minimal viele T-Speed du kommt da immer voll nicht drauf klar von dich okay also das T-Speed ist halt das Beste auf Wayne was es gibt ne ey boah ah dieser Tod hat jetzt nicht boah jetzt scheiße vom ey wie die reingehen und mich sofort fokussen beide ne war doch gut ja für dich ja boah guck mal was hier unten ist wo wer jetzt hier ist ja er steht 2-2 der kann auch nix er hat 5er Boots wird vielleicht verprügelt wenn ich da bin hätte ich ruhig mal Ulti'n können der Typ ey Uta Tower oder so ja geh mal einen Schritt weiter nach hinten als er das nicht ganzer guckt wenn er jetzt nochmal versucht dann musst du ihn halt einfach nur hauen wird schon Ulti abhaben weil ich denke ich bin oh Gott Ash ist auch hier dann töten wir Ash ok wir töten ihn aber nur weil er so ah ich hab gar nicht weh ich hab gar nicht weh ach komm im Ernst warum sterb ich denn jetzt die ganze Zeit ey das kann doch nicht warum geh ich so deep rein oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott oh Gott wie er dich haben will ja mich nicht kriegen will das ist wahrscheinlich nicht mehr na mann oh voll vor 5er Boots hab ich schon so ein bisschen Respekt ey ach Mist Ash nicht gekriegt ja wette Ash im Busch hab ich auch nicht gerecht ne ich auch nicht muss ich ganz ehrlich zugeben mann so ein ALC im Busch ist halt schon was besonderes ne wenn sie anders hätte ich mir klarkommt müssten sie sich verstecken ja oh ne es gibt ja dieses lustige LCS Match wo Gragas die ganze Zeit oben auf der Top im Busch steht und der Gegner sich denkt so hm wo ist denn der und auf einmal kommt der rausgejumpter bei Level 5 oder so der hat ja 5 Level drin gestanden einfach einfach nur drin gestanden nichts gemacht und dann kam er raus haha wollte ich auch was machen da steht sie ja diesmal hier drinnen ne diesmal nicht oder hier ne auch nicht die Schnauze voll du sie da steht sie ne da ist er wieder ne diesmal nicht ja du war halt nicht Becker für den Super Hengifern Wayne ist nicht da ach ähm das Ding ist jetzt nicht auf der Lane ne und mit hä das ist für eine Verarsche jetzt warum hockt denn er jetzt hier unten er hat trotzdem getroffen oh was ach komm wie hat der mich hier grad getroffen alter ne ach ja so ist überhaupt nicht okay aber egal oh man ey wo ist denn der Ari jetzt keine Ahnung die ist weg auf jeden Fall die ist nicht mehr gesehen worden ich denke sie ist nett post ich denke ich habe keinen Bock gegen den auf der botne ich verstehe nicht wie er mich gerade getroffen hat alter hatte ich heute am vormittag aber auch ey noch nie gehabt ich hab die ganzen lolle leben weil ich nur ein black screen ja diesen komischen bug screen da die manchmal christ ja aber dass ich schlecht darf dass ihr fps entwöcherlich noch nie gehabt und jetzt auf einmal heute morgen es war so schlecht ne das gegnerische team war am verlieren und wir haben alles schlechte mal drauf dem jahr so kämpft gerade kämpft naja einfach wort werden gespielt ich bin geschadet ich hab sie aber noch ich hab sie gleich noch was ich war doch gar nicht mehr dritte Mann oh jetzt geht das wieder los oh ey jetzt verliere ich wieder jede scheiße hier kaum stirbt man nichts mehr hin ey oh ich könnte kotzen ey Mann kann doch nicht wahr sein da war ich jetzt ich verstehe nicht warum du auf Ari gegangen bist gerade weil ich sie halt weg halten wollte ja sie hat aber kein Damage Potenzial war egal war ärgerlich man hat auf Ash so schnell durchziehen die ganze Zeit also sie auf mich auch aber also Ari hat ja den meisten Schaden an mir gemacht glaube ich bin mir gar nicht sicher echt ich hab nicht in die Damage History geguckt er hat halt nach oben geschmeißen ihres Fels ne das ging jetzt so hässlich von Ash ne ich finde ihn so lächerlich doof ha ha er hat seine Tower verloren ja und einer von Yasu weggezogen und schon geht nichts mehr wieso ich bin auf ich bin ich bin ich bin